Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß! Wo seid ihr, Freunde? Ich bin in deiner Hose! Oh, ja, oh! Oh Mann, meine Güter! So viel Platz! Ah, ihr seid über mir? Äh, ich? Da! Los, tötet ihr mich für einen lustigen Moment im Video! Warte, mach was, was du willst dabei! Ja! Pass auf! Oh, ich hab im Kreis! Oh, ein LKW! Ich bringe uns mit um! Um Gottes Willen! Ja, genau, ich hab mich in Zombay umgebracht, alles klar! Ja, ich bin in deinen Rotor reingeklettert! Ich bin in deinen Rotor reingeklettert! Das war mein Lieblingsmoment! Für die Stelle geb ich direkt einen Daumen hoch im Video! Echt? Ach, danke! Ich auch! Und dann abonniere ich Zombay! Echt? Ja! Weil es sich geobachtet hat! Ne, weil es einfach der beste Kanal ist! Nach Paluten! Aber Paluten hat man ja sowieso abonniert! Äh, äh! Äh, äh! Meinst du grad Paluten von Jamlet's Play? Ja, genau! Ja, genau! Den, den kenn ich aus Minecraft-Flucht! Auch wenn da irgendwie immer ne Folge zwischendurch fehlt! Jede 20 Meilen! Jede 20 Meilen! Jungen! Ach, hallo! Lass mich mehr rein! Ja, 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 ja! Wir holen jetzt die ganze Crew! Was ist auch da das Gesicht los? Ich war bei der plastischen Chirurgie! Ja! Von seinem, äh, seinem Gewinn! Wäre vielleicht besser, wenn du mal zum, ne? Ähm! Logopäde! Logo, ja! Zu dem gehst! Anstatt zu nem Chirurgen! Da geh ich schon jede Woche hin! Ey! Warum wird's immer schlimmer? Ihr macht es schlimmer! Ey! Wo ist Palette? Ja! In nem Flugzeug! Ja! Der klaut einfach alles! Oh Gott! Ich bestell auch im Flugzeug! Unter dir! Oh! Hallo Palette! Hey! Wollen wir bei dir einsteigen? Ja klar! Hä? Wie? Was? Das steig ich direkt mal ein! Ich auch! Fahr! Fahr! Bitte! Achso! 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 Ich dachte, da passen nur zwei rein! Na gut! Dann, äh, flieg uns mal nach Akamolko! Uh! Unter die Brücke erst! Und dann richtig hochziehen! Richtig! Frag! Frag! Jetzt! Ja! Ja! Oh nein! Ich laff da ne Wurst raus! Höhe! 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 Ja! Ich will ja nicht runterfallen! Ich glaube, er macht so straight! Das ist nicht gut! Noch höher! Ja! Hat der gerade einen Durchfall? Oh ne! Ich seh ihn gerade hier! Alles gut! Und wieder hochziehen! Alter Zomber! Wie siehst du denn aus? Hä? So wie immer! Oh! Strömungsabriss! Oh nein! Strömungsabriss! Pass doch auf! Alles gut! Und da hat Kinder! Oh! Alter! Haben wir was gesehen! Unter der Brücke durch! Unter der Brücke durch! Unter der Brücke durch! Unter dieser Brücke durch! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Und jetzt da unten drunter durch! Und drunter! Und drunter! Und drunter! Da drunter! Euer Leben ist mir was wert! Jungs! So rum! Beim Rauch ist schön schwarz! Bruder ausgefallen! Alles klar! Du hast du nichts gemacht! Können wir zu Staustufe? Ja! Okay! Okay! Ey! Ey! Die Flugzeuge in dem Spiel! Wo? Ich schaue das nicht! Warum bin ich hier mitten im Nirgendwo gespawnt? Ja wir gespawnt vor Flugfahrzeugen! Wegen der ähm... Ding! Wegen der Herausforderung! Ne! Ich bin auf der Pferdestrecke gespawnt! Ohne Fahrzeug! Ich bin auch auf dem Gleis! Ah! Da ist einer! Warte! Ich bin mit rein! Palette Maudado! Maudado! Palette! Los! Okay! Wir kommen! Ja! Wir sind da! Hä? Wie ist ein Bildschirm in der Matrix passiert? Oh oh! Wir sind Autos ineinander gespawnt! Oh oh! Ne! Okay! Hör auf Dauer zu ballern! Ja! Witwenmacher! Ich steck aus! Ich hab nur Palette! Nice! Mach ja du lebst! Was? Ja komm schon! Als ob! Als ob! Ja! Ja! Ich bin bestimmt nicht gleich wieder explodieren! Palette! Äh! Ja ist er glaube ich! Palette! Redest du noch mit mir? Palette! Ich zahl dir alles! Ne! Oh Gott! Du hast meine Gefühle verletzt! Ja wir zahlen dir alles! Ne egal! Lambo! Okay! Es war nur bei dir Maudado! Ja! Oh! Die Autos hier! Warum lasse ich dich denn fliegen! Oh! Bin ich damit drauf! Ne du kannst überhaupt! Aua! Aua! Was war das? Mein Kopf! Aua! Bin bei Paluten eingestiegen! Ja! Du wurdest bei mir weggekickt und bist dann... Okay! Was macht der denn da? Ich will auch einsteigen! Ja ich auch! Ja! Muss man schaffen! Ich bin drin! Helikopter! Das seltenste Fahrzeug in GTA! Echt! Warte! Zombie nehm ich doch mit! Ja! Ja! Ich hab sogar hier! Von dem Event! Guck mal! Ja ja! Du gewinnst! Mach noch! Gewinn noch! Zombie! Ich hab das nicht mehr an das Event! Wie geht das? Einfach unter die Brücken! Hol das! Da unten ist ne Riesenbrücke! Unter der Riesenbrücke! Einfach ganze Zeit hin und her! Der Motor fällt eh gerade aus! Ja! Geil! Geil! Hier guck mal! Bei dem wird's gedämmt! Der hat mich nicht gewundert! Ich werd das machen! Ich kenn jede Brücke in GTA! Ich hab da gelebt! Hä? Aber was ist wenn ich jetzt hier drunter gehe? Müsst doch trotzdem klappen! Oder geht das gar nicht? Höchste Angst! Ich auch! Maudado ich auch! Das war ein Fehler! Hier runter zu gehen! Das ist ja viel zu eng! Oh Maudado! Oh 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 oh! Ne das haste das haste! Alter ist das knapp! Sehr gut! Die hat keine Markierung! Ja 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 ja! Aber die müsste auch fehlen! Ja ja ja! Ne alt! Ich hab grad die knappeste Brücke genommen die es gibt! Und es hat nichts gemacht! Ja die müssen diese Markierung haben! Das geht's nicht! Oh die sind ja richtig gut vor uns! Das zählt einfach! Krass wir sind! Sechs schon! Pfff! Zombie! Sabotier die! Even! Ja jetzt hab ich drei! Ah ja! Ich komm immer näher! King Bim krieg dich nicht! Ich komm immer näher! Hä? Ich hab noch richtig viel Zeit! Ne an sich sind wir immer weiter weg! Ja die Sache ist wir fliegen grad durch diesen Kanal und kommen einfach nur brühen! Ich sehs! Also das war echt unfair! Easy! Easy! Einen mach ich noch! Für euch! Für euch! Vier! Vier! Ich hab's! Und fünf! Ja! Zählte nicht mehr! Boah! 50.000! Dieses Fahrzeug knüpft sich jetzt sehr scheiße raus! Ich steig nicht aus! Ich auch nicht! Ich mag das Fahrzeug! Wo bist du denn? Ach da links! Ja! Oh Gott das wird echt knapp! Ich wird! Wie hat er mich denn jetzt gekillt? Da kam ja gar keine Rakete oder so! Ne das braucht er auch nicht! Paulette! Oder wer auch immer hier ist! Stop ey! Warum ist man da denn hier neben mir abgestürzt? Ich bin nicht abgestürzt! Ich bin in der Luft explodiert! Achso wegen dem Fahrzeugkeimer! Ja ja! Hey da ist ein... Da ist ein Zug! Oh ne! Nein! Oh nein! Alle Angst! Und... Alter 4! Ja kommen alle her zu mir! Ich bin's gehört! Jetzt mein Chat! Ich will euch gerne was zeigen! Oh da ist einer! Steinachst! Zwiebelmilch! Ja! Ich steig mal auf! Ich steig mal auf! Die Herausforderung abgeschlossen und 250.000 Dollar bekommen! Ja! Was siehst du mich? Ja! Sehe ich! Okay und jetzt guck mal! Wenn ich jetzt aussteig! Ja ne! Warum bin ich aus dem Schleudersitz raus! Komisch! Oh Gott! Ich will ich mit zu den anderen! Ja hallo! Ja ich hab was! Ich hab was geschickt bekommen! Komm mit drauf! Modano! Okay ich steh mit drauf! Das war ein Polizist! Wie soll ich hier überhaupt abheben! Ups! Das ist ein Senkrechtstarter! Wie mach ich das? Einfach wie ein Handy! Einfach wie ein Handy fliegen! Und wenn du E drückst dann wechsel der in den Chatmodus! Aber erst weiter oben! Nein nein! Er darf nicht fallen! Dacheldraht gefahren! Ich bin einfach unsterblich mit meiner Angst! Alter! Dwiebelmilch ist echt empfindlich! Ja! Du bleibst einfach die ganze Zeit stehen! Und er rastet aus! Ja echt! Guck mal wie ich mit meinen Knien wackel! Oh oh! Oh oh! Nein! Halt dich fest! Ich schaff das! Ich hab das! Oh oh! Er fällt schon wieder! Da muss ich mein Outfit wechseln! Oh Gott! Ich bin jetzt ein Geheimagent! Oh Gottes Willen! Oh jetzt siehst du aus wie er! Ich bin jetzt ein Geheimagent! Kriegst du eigentlich Schaden? Die Polizei kann nicht gewinnen! Nur ganz ganz wenig! Also da muss ich noch 30 mal umfallen! Was dann? Wie sieht Ellen jetzt aus? Er ist ein Superheld! Oh! Nein! 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 Wie ich hab dich erledigt! Wie ich hab's lieben mich! Oh! Mein Buff ist vorbei, Piloten! Rette mich! Ich fahre mich! Ich fahre mich! Wir sind doch beide hier die ganze Zeit! Ne aber ihr müsst wirklich direkt auf mich kommen! If you know what I mean! Aua! So! Ich fahre nur noch einer! Na komm! Okay! Schön in die Mitte stellen und aufpassen! Und da oben machen wir dann Kampf! Ja! Ja! Genau! Also! Wollt ihr einfach mal ne Runde kämpfen? Und gucken wer als letzter oben bleibt? Aber ohne Waffe! Ohne irgendeine Waffe! Ohne Fäuste! Zummel! 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 Zummel, siehst du dir ja die Regeln! Zummel, siehst du dir ja die Regeln! Lass mich angreifen! Nein! Was ist das denn für ein Kampf?! Kämpf! Kämpf! Mit Fäusten! Okay. Zummel hat gewonnen! Fair gewonnen! Warum spielt Zummel immer unfair?! Ich bin gefallen! Kann ich nochmal aufstehen? Außer ich fahr weiter Du hast mich gerettet Was machst du da? Du bist gefährlich Du bist gefährlich nah Nein, nein, ich hab doch Nein Das ist aber ein Fallschirm Ja, aber aus Fuß klatsch ich jetzt gegen die Wand hier Nein komm, komm nochmal Okay doch nicht Ach, ich lebe Ich hab's überlebt Warte ich komm auch drauf Ganz normal Aufpassen Nichts, nichts mehr nach oben drücken Sonst fallen wir und sterben Ja, schade Hä, ich steh doch Was passiert, wenn wir jetzt so machen? Nein, 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 nein Oh Gott, nein, nein, nein Pass auf, pass auf, pass auf Hör doch auf Oh, ich hab noch geschossen Nein Was? Warum? Ich kann im Sturz schießen Ja, kann man mit der Waffe Hab ich euch alle runtergekickt? Alter Alles klar Ja Da haben wir auf jeden Fall Sterne Äh Ich bin unten drauf Ich wies immer an, damit ich mehr Halt habe Ach, man hat mehr Halt, wenn man visiert Die meinte Zombie mal Was? Komm zu mir Zombie gibt's gar nicht Aua Oh, Zombie ist was tot Ja Oh, so ist er weniger gefährlich Das stimmt Ja, die Polizisten werden mich auf keinen Fall erschießen Werde ich die Ne, werden sie auch nicht Werden sie auch nicht Oh oh, der Helikopter, ich rette dich Oh, fahr Hä Ich werd Ich werd Ich werd Ich werd Ich werd Ich werd Fall Oh, er hat's geschafft Er hielt einfach hoch Wie schlecht Ich soll mich ein bisschen Ja Oh Gott, ich werd Die Polizei Hallo die Nein, nein Manu, halt mich fest Ja Ich halt sie nicht fest Aua Ich kicke ihr raus Jaaaa Alter Das war ne sehr witzige Du bist immer weiter hoch Das war doch schön Perfekt Okay Dann schaut in die Videobeschreibungen Da sind alle verlinkt Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder Tschüss, bis dann